Leute, willkommen zurück auf dem Kanal von Mr. Weinwood. Wie ich es gestern Abend angekündigt habe, hat NoahJ456 auf seinem amerikanischen YouTube-Kanal mit sage und schreibe fast 200.000 Zuschauern live das Päckchen geöffnet, was er von Treyarch zum Anlass des neuen Zombie-Modus im Black Ops Cold War, ob es so heißt, weiß man jetzt nicht, geöffnet hat. Er war natürlich mega im Hype und da sind wir natürlich mal ganz ehrlich, wenn ich so ein großer Zombie-YouTuber wäre, wäre ich es natürlich auf. Letztendlich hat er dann hier diese Box geöffnet und hat einen kleinen geheimen Brief bekommen und so viel vorab in dem Video wird es darum gehen, natürlich nicht komplett, ich weiß eigentlich gar nicht, um was es geht, aber es sieht auf jeden Fall richtig interessant aus. Auf jeden Fall hat er hier so einen kleinen Brief bekommen, wo so ein kleines Zahlenrätsel drauf ist. Also ich denke, es wird so eine Art Enigma-Code sein, so eine verschlüsselte Nachricht. Wie man dazu kommt, werde ich aber jetzt dann gleich im Video noch drauf kommen. Natürlich ist er noch nicht entschlüsselt, aber so wie wir die amerikanischen Zombie-YouTuber kennen, wird es mit Sicherheit nicht lang dauern. Da natürlich auch Mr. Dalek JD und ich weiß gar nicht, wie heißt der andere, Mr. Ruffle Waffle, aber ich glaube, der macht nichts mehr. Ich weiß nicht, ob der diesmal auch eine Kiste bekommen hat. Die werden es auf jeden Fall bestimmt gemeinsam entschlüsseln. Er hält es jetzt auch hier gleich nochmal in die Kamera. Ton ist natürlich bewusst bei ihm, seinem Video nicht mit drin, weil ich eine Bildschirmaufnahme mache. Der Stream läuft aktuell noch, aber ich wollte eben so aktuell wie möglich euch das zeigen. So sieht dieser ganze Brief aus. Und ja, wie gesagt, wenn er das Ganze entschlüsselt hat oder die Zombie-YouTuber in Amerika das dann hingekriegt haben, werde ich auf jeden Fall nochmal ein YouTube-Video dazu machen. In der Box war nicht natürlich, nicht nur dieser Brief wäre natürlich auch total unlogisch, sondern auch ein, ich weiß nicht, ob es Leute von euch noch kennen, zu meiner Schulzeit wurde es, glaube ich, nicht mehr benutzt. Aber bei Stranger Things, glaube ich, benutzen sie sowas auch. Also es ist so richtig oldschool. Ein, ja, wie heißt es eigentlich, Dia-Projektor, den er da in dieser Kiste auch mitbekommen hat. Noah hat sich natürlich total gefreut, weil er sich natürlich auch mit extrem krassen alten Geräten auch auskennt. Äh, lol, nicht. Er hat auf jeden Fall hier dann alles ein bisschen so zusammengeschraubt, ausgepackt. Hat sich darüber gefreut, dass hier so eine alte Fernbedienung mit drin ist. Und hat dann eben diese kleinen Dia-Karten, die habe ich jetzt leider hier nicht mit aufgenommen, in dieses runde Teil oben reingesteckt. Und, ja, logisch für alle, die es nicht wissen, was ein Dia-Projektor macht, es wird an die Wand etwas projiziert. Und das sieht man hier im Hintergrund schon. Er hatte dann natürlich Probleme auch damit, das überhaupt zu fokussieren und die richtige Größe einzustellen. Ich will, wie gesagt, auch gar nicht so lange darauf eingehen. Er hat hier auf jeden Fall ein bisschen rumgebastelt. Und es waren in verschiedenen Abfolgen, Reihenfolgen, Nichtreihenfolgen, hat er versucht, das hier reinzustecken. Und es waren kleine Dia-Karten drin, die, ja, keine Ahnung, was auf diesem ersten Bild hier gezeigt worden ist. Ihr könntet natürlich auch hinterher, wenn ihr den hochlädt, vielleicht den Stream von ihm nochmal angucken oder die Highlights. Er hat dann versucht, das ein bisschen zu entschlüsseln. War eigentlich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ihr euch das angeguckt habt. Ich persönlich habe ihn abonniert, glaube ich, wo ich mit YouTube angefangen habe. Und ich glaube, da hatte der Junge irgendwas um die 500.000 Abonnenten. Und jetzt hat er fast 5 Millionen. Aber darum soll es hier nicht gehen, sondern um diese Dias, die er im Hintergrund hier zeigt. Und da habe ich auch nochmal was angedeutet. Und zwar seht ihr hier im Hintergrund jetzt ein Dia mit einem Code. Und das wird bestimmt dieser Enigma-Code sein, der dann natürlich hilft, diesen Brief zu entschlüsseln und vielleicht auch die Zahlen auf der Landkarte, die ihr dann gleich als nächstes seht. Aber ich blende euch jetzt hier mal noch ein aus dem Stream auch natürlich. Das Dia mit einer kleinen Karte. Und da seht ihr, dass es auf jeden Fall bestimmt wieder richtig geil wird. Weil diese Maps erinnern einen, oder beziehungsweise diese Ausschnitte erinnern einen auf jeden Fall an Black Ops 3 Zombies. Irgendwie habe ich an dem runden Turm dran gedacht, an Eisendrache. Aber ja, ich glaube Eisendrache haben wir genug. Aber irgendwie, ja, change my mind. Sieht irgendwie aus wie Eisendrache. Dann war hier noch so eine Karte von einem Land. Ich konnte es jetzt im Stream nicht ganz entschlüsseln. Es war auch noch eine andere Karte zu sehen. Die sieht ein bisschen aus wie fangreich. Ich glaube, das habe ich dann im nächsten Abschnitt vom Video auch noch ein bisschen eingefangen. Ja, also man kann auf jeden Fall nur mutmaßen. Treyarch macht natürlich wieder ein riesen Geheimnis drum. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, wir haben es doch als Zombieliebhaber einfach nur verdient. Oder Leute? Also was meint ihr? Wir haben es doch nur verdient nach diesem desolaten Rotz. Dieses Jahr überhaupt gar kein Zombiemodus. Letztes Jahr Black Ops 4, was mich absolut null angesprochen hat. Und jetzt, denke ich, müssten wir es doch verdient haben. Hier im Hintergrund, ich labere schon wieder zu viel, ist auch noch eine Karte. Das müsste normalerweise, wenn hier der Fokus wieder ein bisschen stimmt beim Noah Jay, eigentlich Frankreich sein. Wie gesagt, wir müssen uns mit allem überraschen lassen. Ich wollte einfach nur ein ganz kleines Hype-Video machen. Und ich glaube, ihr merkt schon, also ich bin hier bei mir in der Dachwohnung. Es hat 50 Grad hier. Mir läuft die Suppe runter, Freunde. Aber Hype ist real auf jeden Fall. Trey Act Zombies Hashtag 2020 oben unten slash plus minus. Leute, ich würde mich über ein Like freuen von euch. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der neu ist. Mr. Weinwood Back in 2020. Ich werde auf jeden Fall ein Neuigkeiten-Video dazu machen, sobald es irgendwas gibt dafür. Und der Noah das vielleicht gelöst hat. Weil ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich bin zu blöd dazu. Ja, moin Leute. Haut rein. Schönen Tag noch. Euer Mr. Weinwood. Bis demnächst. Ciao.